So, heute machen wir mal außer der Reihe Pokémon Infinite Fusion. Es ist Donnerstag, ich weiß, aber ich komme nächste Woche nicht dazu. Dementsprechend müssen wir ein bisschen vorproduzieren. Und deswegen gibt es heute Pokémon Infinite Fusion. Würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt. Also, bis heute Abend, 19 Uhr.